Das hat fast damit zu tun, dass wir halt wieder aus dem Kassel die vielen Engel und Männen Keine einzige Lampe wird ausgenommen. Das ist eine Tradition im Erzgebäude und die muss frei behalten werden. Das Licht gibt dir Freude, es kommt am Herzen, es ist auch damit gekennzeichnet. Man kann sich auch durchspringen und durch das Licht wird nicht gesprungen.